Hallöchen meine lieben Freunde, hier ist der EuroBuzz und ich möchte euch vorweg bei diesem Video schon mal darauf hinweisen, dass das jetzt der Freitag und der Samstag kombiniert ist. Hat den ganz einfachen Grund, ich habe zu wenig gefilmt. Also für ein Video, also wenn ich jetzt nur den Freitag nehmen würde, wäre das Video glaube ich drei Minuten lang oder vier, je nachdem. Da man als Zugführer, ich war ja bekanntermaßen Zugführer von Foxtrot, kommt man leider nicht dazu, so viel zu filmen, wie ich es eigentlich vorhatte. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt. Wie gesagt, ich werde jetzt den Freitag und den Samstag zusammen ein Video stecken. Nächstes Jahr auf der DE wird das anders laufen. Da habe ich dann ein extra Kameramännchen dabei, was halt für mich filmt. Und ja, dann kommt auch wieder mehr zustande. Aber leider muss ich, wie gesagt, jetzt das ein bisschen kombinieren. Ich habe auch ein bisschen Filmmaterial zur Verfügung gestellt bekommen von Teammitgliedern aus dem Eco-Zug, der Zug meiner Frau. Und auch, ich glaube, von Foxtrot müsste auch das eine oder andere dazwischen sein. Müsste jetzt echt lügen. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Tschüss. Wir sind hart! Wir sind billig! Wir haben Wohl! Jetzt sind zwei Idioten zwischen Spinnen, genau. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag, Spieltag und hier ist mein Team Foxtrot. Guten Morgen, Foxtrot! Morgen! Was kommt denn da raus? Jetzt warten wir drauf, dass der Nick auch wach wird, damit er sich da hinten auf diese olle Bühne stellt und uns auch einen vom Pferd erzählt. Dann ist die Aufstellung der Züge und der Fraktion und dann reiten wir Richtung Außenposten. In diesem Sinne sehen wir uns später. Haut rein! Er ist ein sehr wichtiger Sponsor für die heutige Veranstaltung. Wir Taiwaner oder die Diplomaten aus Taiwan sind sehr stolz darauf und ich möchte mich auch bei Ihnen, Herr Liao, bedanken. So, meine Freunde, der Fett-Krass-Außenkommander hat uns gerade Fett-Krass-Ansager gemacht, wann das Ganze losgeht. Verzögert sich natürlich wie immer um ein paar Minuten. Ist aber nicht schlimm. Also, unser Zug ist gebrieft, die wissen Bescheid. Wir haben die ehrenvolle Aufgabe, diese verfickte Kirche einzunehmen. Ich hasse die Kirche. Jeder hasst die Kirche. Aber nein, er gibt uns die Kirche. Ja, Nodo. Ich glaube, der hat das mitbekommen, dass ich die nicht mag. Das wird das wohl sein. So, auf jeden Fall wird ein geiles Spiel. Wir sind alle sehr zuversichtlich. Wir haben unsere Jungs gebrieft und unsere Mädels und das wird echt Porno. So, ich zeige euch jetzt nochmal, wer hier alles so rumläuft. Na, guckt mal da. Das sind jetzt, glaube ich, sechs, nee, fünf Züge müssten jetzt hier sein. Und, ja, wir fangen gleich an aufzuräumen und die KG mal so richtig in den Anus treten. In diesem Sinne, bis später. So, hier ist ganz, ganz hart Krieg, Alter. Punkt euch den Scheiß an. Also, es geht hier richtig hart zur Sache gerade. Wir halten mit allen Mitteln diese verfickte Kirche. Ja, auf jeden Fall, es geht voran. Und die Sannis, die Sannis sind richtig gut drauf heute. So, bis später. So, meine Freunde, wir sind jetzt im Elitzdorf. Hier passieren Dinge, ja? Nicht, dass die Füße drehen. Und so, und so. Warum müssen die das machen? Die Jungs haben einen Auftrag. Die sollen ein Artefakt von dem Milizchef sicherstellen. Und um das zu bekommen, hat der Milizchef gesagt, ja, hat's für mich. Alles klar, gut nach Hause, gut nach Hause, gut nach Hause. Danke, Ladies! Ja, wir haben hier eine Mission auf jeden Fall geschafft. Ja, lustige Aktion. Hier im Milizdorf kann man nämlich auch richtige Getränke kaufen. Und das haben die jetzt neu eingeführt. Das gab's vorher noch nicht. Jetzt gibt es halt Getränke. Da gibt's die Getränke. Da gibt's die Getränke. Da gibt's die Getränke. Und das hier ist die Frau? Resi. Die Frau Tresen. Die Frau Tresen. Achso, das ist die Resi. So, das ist die Resi. Und das sind alles wilde Sachen. Und das wird jedes Jahr auf der DE cooler. Und ihr müsst um den Berg kommen und euch mal den Spaß angucken. Ich weiß, es kostet ein paar Euro, aber es lohnt sich immer wieder. Also ich hab jedes Jahr meinen Spaß hier. Geiler Scheiß! Hat's dir gesagt, geiler Scheiß. Ja, in diesem Sinne, bis später. So meine lieben Freunde, es ist Samstag. Heute ist der zweite Spieltag. Und wir hatten gerade schon ein kleines Briefing. Das hab ich aber nicht aufgenommen. Der Baloo, da ist er. Nee, ich bin nicht hier. Der ist auch mega motiviert. Es ist heute ein geiler Tag heute. Ich weiß nicht, wie viel und wie oft ich filmen kann. Weil gestern war es schon sehr stressig. Da hab ich schon sehr wenig gefilmt. Heute wird es wahrscheinlich noch weniger. Aber es ist trotzdem sehr, 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 sehr geile Aktionen, die wir heute vorhaben. Also ich hoffe mal, ihr werdet die auch sehen. Das wird auf jeden Fall sehr cool. Und ich zeig euch mal kurz, wie es hier so aussieht. Ihr habt das HQ. Und da werden wir heute ein bisschen Spaß haben. In diesem Sinne, viel Spaß. So meine Freunde, aktuelle Lageinformationen. Wir sind leider mitten im Krieg und wurden zurückgedrängt. Wie hört es ja auch. Ja, und irgendwo da hinten, da unten, da in dem Bereich ist der Feind. Die haben uns jetzt leider zurückgedrängt. Jetzt hoffen wir Fahrzeugunterstützung. Wenn das der Fall sein sollte, werdet ihr das hier sehen. Ich meld mich jetzt erstmal wieder ab, weil es ist verdammt viel los hier. Und es ist uncool. Es ist gerade echt uncool. Sie werden richtig in den Arsch gefickt. Aber gut, wir machen das Beste draus. Bis später. So, also Lage. Scheiße. Alles scheiße. Wir haben nur, wir werden immer weiter zurückgedrückt. Wir kriegen jetzt gleich Verstärkung von der Enklave. Weil die QRF unfähig ist irgendwie. Und ja. Die müsste auch jetzt eintreffen. Die müsste auch jetzt eintreffen vor 10 Minuten, wurde gesagt zu 10 Minuten. Die müssten jetzt gleich kommen. Und dann geht es hoffentlich endlich weiter hier, weil wir hängen hier total fest. Und es geht einfach nicht mal vorwärts. Und es ist gerade ein bisschen nervig. Hier, die Jungs, die hocken hier. Hört mal alle Hallo. Moin. Die hocken hier in der Hoffnung, nicht getroffen zu werden. Weil von da unten, von der Straße, da haben sie alles hier hochgeschossen gerade. Und wir werden wirklich von allen Seiten belagert. Ich blende euch auch jetzt mal eine Karte ein. Dann zeige ich euch mal, wo das alles, also wo der Feind sitzt, wo wir sitzen. Äh, massiv kacke. Ja. Wir hoffen jetzt mal, dass es gleich vorangeht und weitergeht. Siehste, jetzt kommt hoffentlich ganz, ganz viele Leute. So, okay. Dann in diesem Sinne, wir sehen uns später. Wie ihr seht, geht es jetzt endlich voran. Wir haben jetzt Fahrzeuge. Und jetzt räumen wir mal hier richtig auf. Wir sehen uns später. So, meine Freunde. Ähm, der Spieltag ist quasi fast rum. Wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt 16.50. Zehn Minuten vor fünf quasi. Das Endgame startet gleich, was dieses Jahr nicht wie sonst ist. Es ist kein dopes Rumgeballer, wie man es halt kennt. Sondern es ist 100% LARP. Was genau passieren wird, äh, kann ich euch jetzt schon verraten. Und zwar, ähm, wird es eine Menge Zombies geben. Ich glaube, die Story, äh, sieht so aus, dass KGG und GOF und Milit und Inklave zusammenarbeiten. Glaube ich zumindest. Ich weiß es gerade nicht, wenn man prozentlich ist. Aber, ähm, das Ganze, äh, urteils gegen die Zombies laufen. Das wird echt cool. Da freue ich mich mega drauf. Und ich werde eventuell auch die Kamera auspacken. Und jetzt will der General noch was erzählen. Ich zeige euch nochmal die ganzen coolen Typen. Das sind die Restbestände Foxtrot. So, Restbestände Foxtrot. Hier. Das war jetzt müß. Das sind die Foxtrotter. Dann haben wir da Hotel. Und da ist der General. Und da ist, ich weiß gerade gar nicht, wer da ist. Und da ist noch ein Zug. Also, wir haben noch ein paar, ja? So, und jetzt, äh, ja. Sind wir quasi fast durch des Tages. In diesem Sinne. Bis später. Der hat einen Reifen um... Ha, 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 ha. Der Typ hier. Der beste Zugführer, den es gibt. Oh, boah, Alter. Genial. Ey, das ist so. Oh, nein, ohne Witz, genial. Ich bin jetzt gerade ein bisschen gerührt. Man sieht meine Augen nicht, aber ich weine. Echt genial. Ja, das freut mich. Das freut mich echt, dass das Spaß gemacht hat. Und ich habe ihn nicht dafür bezahlt, dass er es sagt. Er kam von sich aus auf die Idee. Weißt du, wann die Buster uns wieder abholen? Moin. Weiß ich leider nicht. Aber ich schätze mal, die kommen jetzt gleich. Meine erste DE, wenn du mir ist, ich habe ja Zugführer. 21 Uhr, kurzes Nachdiefen auf Manns da vorne. Geht ihr den Typen da? Das ist so ein Fettgerass General. Geil, geile DE, Alter. Er hat richtig Fettgerock. Tschüss. So, meine Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Ich habe in ungefähr 5 Minuten gebotzt. Meine Stimme ist brutal im Arsch. Ja, ich trinke jetzt gerade mein erstes Kaltgetränk. Ja, jetzt kurz vor. Mein erstes Kaltgetränk in Form mit Alkohol und so. Weil wir hatten bis eben gerade noch ein Zugführer-Treffen. Und ich stehe hinter der Bühne. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt vorhat. Ich weiß es echt nicht. Aber ich ahne, es schrecklich ist. Ich ahne, es schrecklich ist. Aber ich werde es euch gleich zeigen. Also lasst euch überraschen. So, meine Freunde. Es geht jetzt los. Ich weiß nicht genau was. Aber irgendwas passiert jetzt. Du Garten! Du Garten! Du Garten! Ich habe mich überbringt! Oh! Oh! Euro Pass auf die Bühne! E.O.A. E.O.A. Happy Warupas! Happy Birthday to you! Moinsinn! Geht's euch gut? Mir nicht, meine Stimme ist voll im Arsch! Und deine auch! Deine auch, das ist geil! Erstmal herzlichen Dank für das geile Ständchen, was ihr hier gesungen habt! Und bitte, sing nie wieder! Lass das die nette Dame da machen oder so, aber nie wieder du! Jetzt machen wir alle Dark Emörtchen die Sieben! Dark Emörtchen die Sieben! Alles und alles! So, auf jeden Fall, geil, schönes Ständchen! Ich möchte euch noch einen wunderschönen Abend! Kommt, haut rein, bis dann noch! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü EURO! FASS! EURO! FASS! Oh weh! Ihr seid die Geist! Wir sind... FASS! Wir sind... FINISH! Wir haben FUNK! Ihr seid geil! Danke, danke, danke! Ich schwimme jetzt immer noch um Arsch. Hau dich erst. Huuuuh! Warte! Schleller! Einmal eine Absprache heißen Aerobass. Also noch haben wir das Geburtstag für Aerobass. Und das ist die einzige Scheiße, die wir hier machen. Nur viel! Ja, ich muss sagen, also... Waaaaaah! Ich sag BAS und das dreimal! EURO! BAS! EURO! BAS! EURO! BAS! Happy Birthday, motherfucker! Danke! Meine Stimme ist vollkommen. Hallo meine lieben Freunde, es ist Sonntag. Ich habe Geburtstag. Gratuliert mir bitte jetzt. Die Dark Emergency ist zu Ende. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach draußen. Und auf dem Weg nach... Oh, da war eine Federung. Fehler, ganz schön, wir sind ein bisschen überladen. Ähm, das war richtig, richtig geil. Das Endröse-Mäßige jetzt gleich am Ende des Videos. Da werde ich noch mal ein bisschen mehr dazu sagen. Aber jetzt erst mal vorweg. Das war eine richtig geile DE. Wir hatten richtig mega Spaß. Sorry, dass es so wenig In-Game-Material gibt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der Job als Zugführer mich so fordert, dass ich noch nicht mal groß Zeit habe, was zu filmen. Ja. Es war aber sehr geil. Meine Frau hatte auch, glaube ich, den Spaß ihres Lebens. Ähm, meine Frau kam sehr gut an. Ja. Also wurde mehrfach gesagt, als erste weiblicher Zugführer so einen geilen Job zu machen. Respekt. Also Schatzi? Ja. Du bist geil. Ich weiß. Ja. Ja. Und, äh... Achtung. Riesenhubelhubel. Riesenhubelhubel. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir hören uns gleich nochmal. In diesem Sinne. Ja. Wie gesagt, äh, ich komme jetzt nochmal zu meinem Endresümee. Meine Hunde latschen ja jetzt rum, deswegen so ein Krach. Ja. Wir haben jetzt fast vier Wochen später, oder wir haben es sogar vier Wochen später, nach der DE. Und, ähm, ich muss immer noch sagen, ich fand's mega cool. Mir hat die Dark Emergency, so wie jedes Jahr, mega Spaß gemacht. Diesmal ein bisschen anders, da ich halt Zugführer war und, äh, dementsprechend, äh, Aufgaben hatte, die doch, äh, nicht ohne waren, sagen wir mal so, ja. Ähm, es hat mir aber trotzdem mega viel Spaß gemacht. Ähm, meine Geburtstagsfete, die war absoluter Hammer, ja. Da bin ich, äh, mega dankbar an alle, die mitgemacht haben und alle, die das so möglich gemacht haben, wie es halt war. Hat mega Spaß gemacht. Dafür auf jeden Fall nochmal ein dickes, fettes Danke! Es gab natürlich ein paar Kleinigkeiten, die, äh, nicht so liefen, wie sie laufen sollten, aber das ist ja eigentlich immer auf dem Großevent, so. Mich persönlich stürzt jetzt nicht, ja. Es gab auch ein paar, ähm, ein paar Regel, äh, Geschichten, wo die einen sagen, ja, das ist die Regel und die anderen sagen, nein, das ist die Regel und, äh, wir als Zugführer haben auch Informationen schon eine Woche vorher bekommen, was gewisse Regeln betrifft. Und, ähm, die waren dann auch wiederum auch am Spiel direkt auch wieder anders, ähm, das ist aber alles Wurst, ja, es ist, also für mich persönlich ist es halt Wurst, mir hat's trotzdem mega Spaß gemacht, ja. Ich sag immer, es soll, es ist ja nicht nur der Hintergrundgedanke, boah, wir fahren da hin, um zu gewinnen und alles muss strikt nach Regeln laufen. Nein, ich bin so einer, der sagt, ich fahre da hin, um meinen Spaß zu haben und, ähm, den Spaß hab ich auf jeden Fall. Okay, und, äh, ja, mehr kann man dazu eigentlich groß gar nicht sagen, es hat mir mega, mega, mega Spaß gemacht, es war ein richtig, richtig cooles Event und ich freu mich auch schon megamäßig auf nächstes Jahr, ähm, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr auch wieder Zugführer sein werde, aktuell haben wir die Airsoft-Helden, ähm, eine, eine Aktion am Laufen, von wegen bewerbt euch als Zugführer, ähm, weil es gibt zwei neue Züge und zwar der Lima- und der Kino-Zug, äh, pro Fraktion, das heißt, jede Fraktion hat jetzt zwölf Züge und darauf kann man natürlich auch sich bewerben jetzt, äh, also, ne, wenn ihr euch berufen fühlt, mach das, ähm, was ist mit mir und, äh, Foxtrot? Ja, ich werde hoffentlich Foxtrot bleiben, Foxtrot-Zugführer, also ich, äh, bin da auch zuversichtlich, dass es erstmal klappt, ja, natürlich kann auch immer was anderes zwischenkommen, aber wenn ich mich jetzt nicht zu blöd angestellt hab, dann sollte das eigentlich nächstes Jahr auch wieder was werden. Ähm, was es Film betrifft, wird das nächstes Jahr auf jeden Fall ein bisschen anders laufen, wie ich schon erwähnt hab, ähm, nächstes Jahr auf der DE werde ich einen Kameramann dabei haben, damit ihr quasi mehr Impressionen bekommt und nicht nur, äh, das bisschen, was ich jetzt, jetzt sozusagen, geschnubbelt hab, ja, weil, äh, wie gesagt, das ging halt nicht mehr, ich hatte einfach nie Zeit zu filmen. So, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, gebt ein Däumchen drauf, aktiviert die Glocke, damit ihr informiert werdet, äh, wegen neuen Videos und, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, wir sehen uns auf irgendeinem Spielfeld in Deutschland oder auch im Ausland und, äh, ja, aller spätestens nächstes Jahr auf der Dark Emergency 8. In diesem Sinne, haut rein, bis dennne und tschüss, euer, euer Obas, tschuh! Das, meine Freunde, war die Dark Emergency 7 und es war ein richtig geiles Event wie jedes Jahr, ich sag nur, Freunde, gibt's Bier! Bis dennne! Bis dennne!